Herzlich Willkommen zum nächsten Part von Dragon Age Origins. Das wird ein kurzer Part, der ist die Wahl. So, wir können als Mann, Frau, Mensch, da haben wir die folgenden, Menschlich Adeliger und Magier. Und natürlich Schurke, Klasse und so weiter, das sieht man ja alles. Als Elf spielen, da haben wir auch die drei zur Verfügung. Wir sind nur bei Stadtelf und Dälischelf haben wir da. Und als Krieger genau dasselbe, nur als Magier haben wir dann nur den Turm zur Verfügung, wie immer als Magier eben. Und dann haben wir die Zwerge noch als zur Verfügung. Als Krieger und die Dieb in jeweils der bürgerliche Zwerg oder der adlige Zwerg. Gut, das wird die Wahl. Ich hoffe, ihr beteiligt euch darunter mit Comments, als was ich spielen soll. Dann bis zum nächsten Mal. Wenn es dann heißt, Let's Play Dragon Age Origins, das Hauptspiel auf dem Albtraum, spiel ich jetzt gerade.